Eiskalte Killer, unvorstellbare Verbrechen, spektakuläre Raumüberfälle und umstrittene Gerichtsurteile. Das kennen wir vor allem aus Filmen und Serien. Aber diesen Stoff, den liefern nicht nur Drehbuchautoren, sondern auch die Realität. Auf unserem Instagram-Account berichten wir euch immer wieder darüber. Und dann schreibt ihr oft, kannst du darüber nicht mal ein Video machen? Und jo, klar, das können wir machen. Hier kommen also für euch inspiriert von den Posts bei Instagram fünf Kriminalfälle, die jeweils auf ihre Weise Geschichte geschrieben haben. Seit es die Menschheit gibt, gibt es wahrscheinlich auch Verbrechen. Verbrechen gibt es in allen Epochen der Geschichte. Nur wie und welche Folgen sie haben, das unterscheidet sich. Ob und wie sie von Priestern, Gott, Stammesanführern oder später Gerichten oder wem auch immer verfolgt und geahndet sind. Was allen gemein ist, Verbrechen und Rechtsprechung gelten immer als Spiegel der Gesellschaft der jeweiligen Zeit. In diesem Video hier geht es deshalb um Verbrechen, die auf ihre Weise besonders sind, die viel über ihre Zeit aussagen oder auch einige Fragen aufwerfen. Starten wir mit dem Fall Fritz Hamann. Diese Geschichte ist nichts für schwache Nerven oder zarte Gemüter. Es geht um den Fall Fritz Hamann in den 1920er Jahren. Da tötet er 24 Jungen und junge Männer. Mindestens, so muss man sagen. Denn bis heute weiß man nicht genau, wie viele Menschen ihm tatsächlich zum Opfer fielen. Hamann lockt die Jungen zu sich nach Hause. Und Achtung, jetzt kommen grausame Details. Er tötet sie meist bei oder nach dem Sex, durch einen Biss in den Adamsapfel. Er zerstückelt die Leichen mit einem Hackebeil und einem Kartoffelschälmesser. Der Schlechter von Hannover wird dieser Mörder deshalb genannt, der sein Unwesen treibt. Einige Körperteile wie Schädel sind so groß, dass Hamann sie ihm nicht wie andere Teile in der Toilette runterspülen kann. Er wirft sie in die Leine und genau das wird ihm zum Verhängnis. Im Juni 1924 finden Kinder beim Spielen am Fluss Leichenteile. Immer mehr dieser Teile werden im Laufe der Zeit angespült und entdeckt. Und die Spuren führen zu Hamann. Er ist schon wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft und in seiner Wohnung werden Kleidungsstücke vermisster Personen gefunden. Es gibt viele Hinweise und Indizien. Aber Hamann gibt nichts zu und das ist ohne eindeutige Beweise nötig für eine Verurteilung. Viele macht das angesichts dieser unfassbar schweren und grausamen Verbrechen absolut wütend. Daraufhin machen die Polizisten was nicht im Handbuch steht. Sie erzwingen das Geständnis von Hamann. Und zwar durch eine Methode, die heute als Folter gelten würde. In seiner Zelle drapieren sie einen Sack mit den Knochen seiner Opfer und den vier gefundenen Schädeln. In die Augenhöhlen kleben sie rotes Papier. Dahinter zünden sie Kerzen an. Sie reden ihm ein, die Opfer würden seine Seele holen. Bis Hamann einknickt. Hamann kann sich diesem Augenblick nicht entziehen und schließlich gibt er die Taten zu. Er wird zum Tode verurteilt und im April 1925 geköpft. Seine Morde haben nicht nur für die Opfer und Angehörige Auswirkungen, sondern auch in ganz anderer Hinsicht auf die Gesellschaft. Bevor seine Taten aufflogen, war diskutiert worden, die Strafe für gleichgeschlechtliche Handlungen unter Erwachsenen aufzuheben. Aber Hamanns Morde tragen dazu bei, dass die Pläne verworfen werden. Homosexualität bleibt weiterhin ein Straftatbestand. Bis heute gilt Hamann als einer der bekanntesten und kaltblütigsten Serienmörder Deutschlands. Es gibt sogar ein Lied über ihn. Er wäre wahrscheinlich nie verurteilt worden, wenn die Polizei nicht nachgeholfen hätte. Dabei wäre das Geständnis auch damals nicht zulässig gewesen, wenn die Methoden der Polizei bekannt gewesen wären. Das wird erst viel später öffentlich. Und genau das wirft ja die Frage auf, war es denn richtig, was die Polizei vermeintlich im Kampf gegen das Böse, daher auch die explizite Schilderung der Taten, getan hat? Heiligt der Zweck die Mittel? Juristisch ist die Antwort klar, wenn es um Folter geht, aber wie ist es moralisch zu bewerten? Kann man das überhaupt irgendwie rechtfertigen? Könnt ihr gerne was in die Kommentare zuschreiben. Zweitens geht es bei uns um den Mord an Emmett Till. Schaut euch einmal dieses Foto an aus dem Jahr 1955. Vor den Kameras der Reporter, die den Prozess gebannt begleitet haben, küssen die beiden Angeklagten überschwänglich ihre Frauen. Kein Wunder, Freispruch heißt es kurz vorher von den Geschworenen. Nur eine Stunde hatten sie sich dafür beraten. Für einen brutalen Mord, den die Angeklagten begangen haben, erhalten sie keine Strafe. Warum ich von ihrer Schuld spreche, wenn sie ja freigesprochen werden? Naja, weil sie den Mord Monate später detailliert in einem Interview zugeben. Das Geständnis ist erneuter Hohn und eine Demütigung für die Angehörigen des Opfers, die nicht fassen können, was passiert ist. Es geht um den Lünchmord am 14-jährigen Afroamerikaner Emmett Till. Im August 1955 ist der Junge zu Besuch bei seinem Onkel in einem kleinen Dorf in Mississippi. Eines Tages stehen Männer vor der Tür und zerren den Jungen mit sich. Sein Onkel kann das trotz aller Versuche nicht verhindern. Die Männer verschleppen den Jungen, foltern ihn brutal und töten ihn schließlich. Vermutlich noch lebend werfen sie den Jungen in einen Fluss mit Metallbeschwert, das sie mithilfe von Stacheldraht am Hals befestigen. Angeblich soll Till die weiße Frau eines Lebensmittelhändlers belästigt haben. Die Frau behauptet das zumindest. Deren Mann töte dann mit anderen Emmett Till. Die Mutter des Jungen möchte Aufklärung und Gerechtigkeit. Sie hofft auf das Gericht und auf die Presse, die den Fall öffentlich machen soll. Tatsächlich gibt es ein großes Medieninteresse. Aber ihre Hoffnung auf eine Bestrafung wird enttäuscht. Der Ablauf der Verhandlung ist fragwürdig. Der Rassenkonflikt wird deutlich sichtbar. Die weißen Angeklagten inszenieren sich als gute Familienväter. Hier auf dem Foto seht ihr, wie sie sich im Gerichtssaal präsentieren. Die Mutter des getöteten Jungen muss gegen ihren Willen aussagen. Zeugen, die die Angeklagten belasten könnten, verschwinden plötzlich. Schließlich sprechen die ausschließlich weißen Geschworenen die weißen Angeklagten frei. Obwohl es richtig viele Beweise gibt. Das Geständnis im Interview Monate später ändert nichts am Urteil. In den USA ist es nach einem Freispruch durch eine zwölfköpfige Jury unzulässig, wegen desselben Tatbestands eine zweite Anklage zu erheben. Zumindest in der gleichen Gerichtsbarkeit. Sorry für die juristisch komplizierte Formulierung, aber das ist wichtig, um die Hintergründe zu kennen. Genauso wenig ändert auch ein Geständnis der angeblich belästigten Frau etwas. In einem später veröffentlichten Buch gibt sie zu, dass sie gelogen habe, als sie meinte, dass Emmett Till sie belästigt habe. Auf das Urteil folgen damals große Proteste. Zu offensichtlich ist der Rassismus, dem nicht nur Emmett Till zum Opfer fällt, sondern auch unzählige andere. Das Urteil gilt als einer der vielen Auslöser der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und der Prozess zeigt ein trauriges Kapitel in der Geschichte der Vereinigten Staaten, eine Zeit, die bis heute ihre Spuren hinterlassen hat und deren Narben nie so wirklich verheilt sind. Die Geschichte zeigt, dass Recht eben nicht immer mit Gerechtigkeit gleichzusetzen ist. Ist vielleicht ein bisschen ein blatter Spruch, aber es ist so. Kommen wir zum Hauptmann von Köpenick. Jetzt atmen wir einmal kurz durch, denn der nächste Fall ist eher humoristisch und führt uns noch heute vor Augen, wohin unkritische Obrigkeitshörigkeit führen kann. Stellt euch vor, ihr klaut eine Menge Kohle und werdet dafür gefeiert. Hört sich an wie die Story einer bekannten Streaming-Serie, das ist aber tatsächlich so passiert. Und zwar Wilhelm Vogt. Ihm gelingt ein wahrer Coup. Und alles, was er dazu braucht, ist eine Uniform. Aber mal der Reihe nach. Der Schuhmacher Vogt ist knapp bei Kasse. Er ist mehrfach vorbestraft und sitzt immer wieder im Gefängnis. Aber er ist ein kleiner Fisch. Im Gefängnis erzählt er einem Mitinsassen von einem genialen Plan. Jetzt ist es natürlich eine Sache, eine kühne Idee zu haben und anderen davon zu erzählen. Eine andere ist, so etwas umzusetzen. Aber Vogt setzt nach seiner Entlassung 1906 genau diesen Plan in die Tat um. Und was ist das für ein Plan? Na ja, er besorgt sich eine Hauptmannsuniform des 1. preußischen Garderegiments. Und als Hauptmann verkleidet, hält er einen Trupp Gardesoldaten an. Diese sollen ihm auf Befehl von ganz oben den Köpenicker Bürgermeister festnehmen. Ob dieser simple Trick klappt? Die Antwort ist ja. Die Soldaten befolgen seine Befehle, sie kommen schließlich von einem Hauptmann. Na ja, und den hinterfragt man als treuer preußischer Soldat eben nicht. Gemeinsam mit den Soldaten macht sich der falsche Hauptmann auf den Weg in das damals noch selbstständige Köpenick. Er lässt das Rathaus besetzen, den Bürgermeister festnehmen und sich den Inhalt der Stadtkasse aushändigen. Heute wäre die Beute mehr als 20.000 Euro wert. Und noch ein Funfact, weil wir uns noch immer im Preußen des deutschen Kaiserreichs befinden, bekommt der Hauptmann von Köpenick sogar eine Quittung für die Auszahlung. Er unterzeichnet sie nicht mit seinem Namen, sondern preist mit dem Namen seines letzten Gefängniskommandanten. Eine wahre Geschichte. Fast wäre Vogt sogar damit davongekommen, aber erinnert ihr euch noch an seinen Mitinsassen? Im Nachhinein war es keine so gute Idee vor, mit dem Plan zu prahlen, denn der Mitinsasse verpfeift den Mann. Allerdings für die Öffentlichkeit ist er kein Verbrecher. Sogar der Kaiser lacht über seine Aktion, nennt ihn einen genialen Kerl und begnadigt ihn. Die Geschichte spricht sich schnell herum. Der Hauptmann von Köpenick wird weltbekannt. Denn ich sagte ja schon, Verbrechen sind immer auch ein Abbild ihrer Zeit. Wilhelm Vogt hält den preußischen Obrigkeitsstaat den Spiegel vor. Das inspiriert Künstler. Zum Beispiel Karl Zuckmeier vom Theaterstück der Hauptmann von Köpenick. Das wussten vielleicht manche von euch auch in der Schule lesen. Die Geschichte wird später sogar mit Heinz Rühmann verfilmt. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, darf man Kriminelle für ihre Taten feiern? Was meint ihr? Auch das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt kommt der nächste Fall, war nämlich der Fall Vincenzo Perruccia. Weil wir gerade bei Schulwissen sind, geht es um dieses Gemälde hier. Kennt ihr das? Okay, wahrscheinlich ist es keine Millionenfrage in der Quizshow. Ganz klar, es geht um das Gemälde der Mona Lisa. Unzählige Menschen haben dieses Meisterwerk von Leonardo da Vinci schon bestaunt. Zahlreiche Personen haben versucht, dem Rätsel auf die Spur zu kommen, der die Frau auf dem Bild ist und warum sie keine Augenbrauen hat. Aber ohne unseren Fall würdet ihr das Bild vielleicht gar nicht kennen. Denn, als da Vinci das Gemälde fertigstellt, da ist die Mona Lisa noch weit entfernt von einem Welterfolg. Also, es ist jetzt keine Kritzelei im Sinne von, ist das Kunst oder kann das weg? Immerhin hängt das Werk später im Louvre, aber etwas versteckt und eben wenig beachtet. Wer das Bild dagegen sehr wohl beachtet, ist der Italiener Vincenzo Perruccia. Er arbeitet nicht nur als Glaser, sondern auch als Teilzeitgauner. Ihm fällt das Bild sofort ins Auge, als er 1911 im Museum neue Glasscheiben anfertigt. Das Bild trägt den italienischen Titel La Gioconda. Perruccia ist überzeugt, so sagt er es zumindest, Napoleon hat das Gemälde aus Florenz gestohlen. Dorthin will er es zurückbringen, in die Heimat, quasi als patriotische Pflicht. Naja, oder gutes Geschäft. Aber wie stiehlt man ein Gemälde aus dem Louvre? Perruccia kennt den Angestellteneingang und nutzt den auch. Er versteckt sich dann im Museum. Mitten in der Nacht nimmt er die Mona Lisa aus dem Rahmen, steckt sie unter seinen weiten Malerkittel und verlässt das Museum. Dafür bittet er auch noch jemanden, der zufällig vorbeikommt, ihm die Tür zu öffnen. Ein genialer Coup. Mehr als zwei Jahre lang hat die Polizei keine Spur. Weder vom Dieb noch vom Gemälde. Dabei liegt das Diebesgut nur drei Kilometer entfernt in einem Koffer von Perruccia. Viele Personen werden verdächtigt, sogar Pablo Picasso. Das Erstaunliche übrigens daran ist, Picasso hat natürlich nicht die Mona Lisa geklaut, hat allerdings tatsächlich anderes Diebesgut aus dem Museum. Dem wahren Dieb der Mona Lisa kommt die Polizei aber dann doch noch auf die Spur. Als Perruccia die Mona Lisa einem Antiquitätenhändler für eine richtig hohe Summe verkaufen will, fliegt er auf. So ganz uneigennützig handelt der Kunstpatriot also nicht. Aber nur sieben Monate sitzt Perruccia im Gefängnis. Das italienische Gericht bestraft ihn für seinen, wie Perruccia sagt, Patriotismus nicht wirklich hart. Aber kommen wir zurück zum Gemälde. Als es wieder im Louvre eintrifft, wird es feierlich empfangen. Alle sind erleichtert. Der Raubzug hat den Bekanntheitsgrad des Werkes gesteigert. Mittlerweile ist die Mona Lisa eines der bekanntesten Gemälde der Welt. Vielleicht sogar das berühmteste. Und irgendwie ergibt sich da ja die Frage, muss man manchmal erst etwas vermissen, damit man es wirklich zu schätzen weiß? Hochphilosophisch. Aber vielleicht habt ihr ja eine Antwort darauf. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Fall. Zum Fall Witold Pilecki. Ist ein bisschen schwierig, von so einer eher heiteren Geschichte zu diesem Mann überzuleiten. Eben zu Witold Pilecki. Es ist auch kein Kriminalfall im klassischen Sinne. Dieser Mann ist für manche einer der mutigsten Menschen des 20. Jahrhunderts. Er erhält für seinen Mut mehrere Auszeichnungen. Er ist es, der sein Leben riskiert, um eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte aufzudecken. Aber allzu bekannt ist er heute nicht. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Erinnerung an ihn, jahrzehntelang unterdrückt wurde. Dazu kommen wir aber später. Witold Pilecki. Er ist polnischer Offizier, ein gläubiger Katholik. Er zögert nicht, sich während des Zweiten Weltkriegs in den Untergrundkampf gegen die Nazis zu stürzen. Schon das ist natürlich mutig, aber nichts im Vergleich zu dem, was er noch tun wird. 1940 tauchen Gerüchte auf, dass die Deutschen in Auschwitz ein Lager erbaut haben, in dem Schreckliches vor sich gehen soll. Pilecki will die Wahrheit herausfinden, mit einem unfassbaren Plan. Er lässt sich mit Absicht aufgreifen und in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau bringen. Als er 39 Jahre alt ist, verabschiedet er sich von seiner Frau und seinen beiden Kindern und lässt sich von der SS ins KZ bringen. Dort erwartet ihn ein gnadenloser Lageralltag. Nur knapp überlebt er eine Lungenentzündung. Er baut ein Netzwerk auf. Pilecki erfährt von Krematorien und Massenmorden im Lager. Pilecki schafft es, Berichte herausschmuggeln zu lassen. Denn immer wieder gibt es Leute, die das Lager gegen Zahlungen verlassen können. Er berichtet von furchtbaren Qualen und bittet eindringlich um Hilfe darum, dieses Lager, dessen Verbrechen er nun erlebt hat, zu zerstören. Die Berichte erreichen tatsächlich auch London. Aber diese unvorstellbaren Verbrechen, die Alliierten, können es sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht vorstellen. Sie schätzen die Berichte als völlig überzogen ein. Pilecki, der auf Hilfe wartet und sein Leben riskiert hat, ist enttäuscht, als nichts passiert. 1943 gelingt ihm dann die Flucht, als er außerhalb des Lagers arbeiten soll. Es ist kaum zu glauben, Pilecki geht freiwillig nach Auschwitz, überlebt fast drei Jahre und erschafft es, aus der Hölle Auschwitz zu fliehen. Aber seine Berichte haben nichts bewirkt. Und ein glückliches Ende findet die Geschichte auch nicht, denn Pilecki endet nicht als gefeierter Held. Nach dem Krieg kämpft Pilecki weiter für ein freies Polen. Und genau das wird ihm zum Verhängnis. Als Untergrundkämpfer kämpft er nun nicht mehr gegen die Nazis, sondern gegen die Sowjets. Die sichern sich nach Kriegsende die Macht in Polen. Pilecki will Beweise für den Terror der Sowjets sammeln und spioniert. Er fliegt auf. 1947 wird er wegen Spionage festgenommen, in einem Prozess verurteilt und 1948 hingerichtet. Sein Körper landet in einem anonymen Massengrab. Die Erinnerung an ihn wird unterdrückt. Erst mit dem Ende der Volksrepublik 1980 wird Pilecki langsam Teil der Erinnerungskultur. Für seinen Mut erhält er Posthum Orden und Auszeichnung. Was bleibt, ist aber auch die Frage, warum erinnern wir uns an manche Personen in der Geschichte mehr als an andere? Vieles verschwimmt manchmal im Nebel. Viel zu oft ist die Erinnerung an Menschen abhängig davon, wie ihr Andenken inszeniert wird. Abhängig davon, wie bekannt die Personen sind, welche Quellen es über sie gibt und wie andere Menschen die Bekanntheit inszenieren. Es gibt viele bekannte Helden in der Geschichte, aber auch viel zu viele Unbekannte. Das sind also fünf ganz unterschiedliche Kriminalfälle aus der Geschichte, aus der Realität. True Crime ist ein Genre, das weltweit Millionen Fans in seinen Bann zieht. Aber warum eigentlich? Sind das Fälle, mit denen wir etwas über die Geschichte lernen? Für die Gegenwart? Natürlich gibt es viele Fälle, die Missstände zeigen. Willkür, Rassismus, Unrecht. Oder sind die Fälle interessant, weil wir damit einfach eintauchen in die Psyche menschlicher Abgründe? Uns gruseln? Sind wir neugierig, voyeuristisch? Es gibt auch Studien, die zu dem Schluss kommen, dass sich gerade die Menschen mit Verbrechen beschäftigen, die am meisten Angst davor haben. Womöglich, um den Verbrechen dann besser entgehen zu können. Manchmal führt das Interesse sogar dazu, dass Fälle neu aufgerollt werden und es neue Erkenntnisse gibt. Das wäre ja was Gutes. Und damit würde dieses ohnehin schon aufregende Video auch positiv enden. Welche Fälle haben euch in der Geschichte am meisten beeindruckt? Vielleicht auch welche, die hier gar nicht aufgetaucht sind? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und lasst uns da so ein bisschen dran teilhaben. Hier neben mir findet ihr ein Video zur Geschichte der Mafia in Italien, wo wir gerade bei Verbrechen sind. Und direkt darunter eins von den Kollegen von Terra X zur Geschichte der Forensik. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sprechen. Vielen Dank.